Hallo liebe Leute, ich bin Rainer und gebe hier beim Poolclub Essingen jede Woche Line-Dance-Kurse. Und so sind wir auf die Idee gekommen, letztes Jahr schon hier eine Country-Veranstaltung zu machen. Und nach dem Erfolg vom letzten Jahr, es wurde sehr gut angenommen und wir hatten sehr viele gute Feedbacks, haben wir uns entschieden, uns dieses Jahr wieder einmal eine Country-Veranstaltung zu machen. Es geht jetzt auch bald los und ich wünsche allen Leuten hier einen schönen Abend und wir hoffen, dass das alles an Erfolg wird und dann werden wir das nächste Jahr bestimmt wiederholen. Ja, vielen Dank Rainer für diese Ammoderation, da sind wir ja gespannt, was sich heute Abend so alles ergibt. Zuerst machen wir einen Rundschwenk über die Zelte und Pavillons, die im Gegensatz zu letztem Jahr enger und damit auch gemütlicher zusammengestellt wurden. Noch ist es allerdings früh am Abend, aber später werden hier über 130 Cowgirls, Cowboys und Greenhorns einträchtig feiern. Außerdem haben wir traditionellen Western-Food, wie Spare Ribs und Maiskolben mit Fröderbutter, alles was dazu gehört. Ja, jetzt haben Sie, liebe Daheimgebliebene, gehört, welche kulinarischen Gemüsse Sie versäumt haben. Simon, der Vorsitzende des Bull-Trups, wandelt derweil schon wieder auf Abwägen und möchte ihn Vegas die Sonne putzen. Zum Glück besinnt er sich darauf, hier zu bleiben und animiert stattdessen zum Kugladen-Zielwurf. Und neben Spiel und Spaß gab es auch einen Western-Store für Western-Mode und Accessoires. Sie haben hier wunderschöne Hüte und Stiefel und Kleider, also bestimmt sicherlich nicht nur zum Cowboy und Indianer spielen, sondern das dürfte sich schon um richtige Kleidung handeln. Das sind hundertprozentige authentische Artikel, die ich verkaufe, direkt aus den USA, dort hergestellt. Hier habe ich ein sehr angenehm zu tragen Hemd, sehr schöne Stickereien. Was kostet das Hemd so zum Beispiel? Das Hemd kostet jetzt um die 50 Euro. Gar nicht so teuer. Ja, diese Hemde werden sehr gerne gekauft im Sommer. Also das ist so das übliche Cowboy-Arbeitshemd. Ja, sehr schön mit Prägung, auch auf der Rückseite. Hundertprozentig Rinsleder. Genug nun der Vorschau, Simon startet eine seiner berüchtigten Begrüßungen. Ja, hier ist Sonne gelauf! Wippie! Ich darf euch begrüßen. Hier auf unserem Bull-Platz in Essingen, normalerweise wird durch den Platz Bull gespielt, einmal im Jahr haben wir dieses Country-Fest und heute ist es noch ein bisschen harmonischer, ein bisschen enger haben wir es gebaut. Deswegen bedanke ich mich mal bei allen Helfern, hinter den Bühnen, Vorsicht und besonders die in den Kich. Applaus! Ja! Juhu! Ja, also, und damit das Ganze überhaupt funktioniert, heute gibt es natürlich einen Mann. Er steht auf meiner linken Seite hier. Und ich begrüße den Snake Rainer, der bei uns auch Mittwochs Line Dance macht hier im Heißel. Super, super Mann! Und übergebt gleich dann Rainer. Sag, wie es da abläuft! So, liebe Country-Freunde, ich begrüße euch auch alle hier. Es sind etliche von sehr weit angereist, habe ich gesehen. Das ist natürlich super, das freut mich ganz besonders. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Abend. Und zwar spielt für euch jetzt die Gruppe Deberedan Men! Das war's. Wenn ihr Suffress are coming, they're gonna tear you still house down. Zweimal Kickball Change rechts, den Weihnacht rechts mit dem Touch, zweimal Kickball Change links, den Weihnacht links mit dem Slap. Und wenn ich den Slap nicht mache, sondern nur den Fuß hebe, dann hängt das da drauf, weil ich ein Mikro in der Hand habe. Okay, drei, vier, Kickball Change, Kickball Change, Weihnacht rechts mit Touch, Kickball Change, Kickball Change, Weihnacht links mit Slap. Gut. Musik 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 Musik